Ein Gefäßverschlusssystem bedeutet, dass wir heutzutage, wenn wir ein Gefäß punktieren, zum Beispiel bei einem Herzkathetereingriff, dass wir dieses System verwenden können, um das kleine Loch, was in dem Blutgefäß verbleibt, wenn man die Katheter wieder entfernt, dieses kleine Loch können wir heutzutage mittels Naht im Gefäß oder mittels eines kleinen Kollagenpfropfs oder Korkens verschließen, so dass die Patienten direkt nach dem Eingriff bereits wieder aufstehen können. Dadurch vermeiden wir es, dass unsere Patienten lange Zeiten in Betten liegen müssen und einen Druckverband auf der Leiste haben. Und das ist eben die modernste Möglichkeit, um Patienten auch direkt am selben Tag wieder eine Entlassung nach Hause zu ermöglichen. zwei, drei, drei.